Michael Hedges ist der Guitar Hero des Acoustic Player 4 2019. Taucht mit mir ein in die Welt dieses Gitarren-Giganten, der die akustische Gitarre wie kaum jemand nach vorne gebracht hat. Ich freue mich drauf, wenn ihr euch den Workshop anschaut und mit mir zusammen von Michael Hedges lernt. Das war der Peter Autsprach. Bis dann.